sehr willkommen hier bei dem spiel video kit 80er edition so alles klar der aussieht wie michael j fox in der zurück aus der zukunft naja auf jeden fall spielen wir jetzt hier mit dem skateboard wer doch gleich erklärt über sachen drüber springen und postboot in einem ja schon weiß wie die videokassetten als post ja vor allem so einfach ist da gar nichts man sieht doch jetzt jeder sparen auch klar kaputt gehen die ganze trophäe muss erst mal mehrere meter fahren 30 30 kassetten den leuten übergeben über sachen drüber springen und so weiter im video ich erst erst hingekriegt erst nur eine trophäe so nur zu kommen also ist halt münzen sammeln da leuten aus dem weg gehen ja besser geht mir jeden aus dem weg autos pro monat da bau mit bier hat mich überfahren ehrlich und für fan zum beispiel müssen wir mal 10.000 punkte mal kriegen nicht nur 1000 oder so wie ich dabei stattdessen 10.000 muss man da kriegen und ja überall sind also hindernisse man geht ja recht ziemlich oft schnell auch kaputt und ich weiß auch gar nicht wie viele levels gibt wahrscheinlich sollte nur eine außer man macht dann so viele punkte oder was dabei ich ehrlich gesagt gar nicht wie war aber auch das erste mal deswegen naja wie schon ein paar mal probiert zwei so ganz coole hauers irgendwann kann man auch mit dem skateboard mehr tricks machen und so weiter mehr sachen kombinieren und so weiter sollten wir auch für die trophäen auch machen man weiß schon in deutschland darf ich leider nicht schafft ich glaube mir nicht da habe ich ihn gerade ausgezogen im typ naja 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 durchdrehen, Alter, Videokist hat nur ein Android, weil er ist vorgekannter mir auch die Lose durchschmeißen, naja, nächstes Videokids sind DVDs, dann Bluways, mit dritten Teil, so ungefähr, zack, äh, Loch, naja, so ging der weiter, für mich geht nicht viel weiter, zack, wurscht, was ausprobieren, gehen wir nicht mehr, Oleg, der, ähm, pff, 5-Dollar-Schein hat, naja, deswegen kaputt gegangen, na, so war's halt, ja, Michael J. Fox, zählte die Zukunft, zurück im Loch, na, also, na, zurück wieder geht Auto gleich, ja, irgendeine Kacke gleich, was dann, ja, Sachen passieren halt, äh, zurück zum Hinterbild, Auto überfahren, na, gut, so ist halt, äh, egal, so, das war's halt, ob mir das Video gefallen will, und ich hab' ein noch ein bisschen, ja, tschüss, ich erwarte mit, äh, bis dann!